Hallo liebe Besucher, herzlich willkommen bei Evita Re Shoes in Neuss. Heute zeige ich Ihnen was ich reinbekommen habe, ganz neu und zwar diese Sommerstiefel mit Opermaterial Canvas Pastelltonen, gleich wie die Sohle, hier einmal in Camouflage und auch noch in Wickleder. Ganz neu für den Sommer in Beige, Rosa und hier ein Blick auf die ganzen Sneakersortiment mit Schmetterling und so weiter und hier auch die Schuhe auf der gleichen Sohle wie der Sommerstiefel und ganz ganz viele neue Modelle reinbekommen, direkt zum Absortiert. Weißsohle mit Weiß oder Braun zusammen oder diese Wickleder mit weißer Sohle mit Gummi, im Weiß, passt zusammen gut und diese ganzen Weiß, wie die Bologerin gepostet hat auf seinem Insta. Besuchen Sie unsere Seite www.evitale.fashion123.de. I love Biodini Shoes.